Im Zuge der Aktion Spielen, aber sicher, der Volks- und Reifeisenbank gewann auch ein Güstrower-Projekt. Aus dem 12.000 Euro vollen Fördertopf erhielt die Kindertagesstätte Zwergenhaus in der Hafenstraße 1.500 Euro für die Neugestaltung einer Sandkiste. Kita-Leiterin Dagmar Stahl ist froh, dass es nach zahlreichen Förderanträgen nun endlich geklappt hat. Da auf dem Innenhof der Einrichtung nicht viel Platz ist, ist ein gutes Raum- und Sicherheitskonzept nötig, damit die Kinder gut und sicher spielen können. So wurde auch das Material der neuen Sandkiste mit einem Umfang von 5x5 Metern mit Wohlbedacht ausgewählt. Denn das Besondere an dieser Sandkiste aus Hartplastik ist, dass es ein recycelbares Material ist, dass es für die Kinder einfach ungefährlich ist, keine Splitte und auch lange, lange hält. Aufgebaut haben es fünf Väter bei uns aus dem Haus. Die haben das Anfang Oktober aufgebaut und waren innerhalb von zwei Stunden fertig. Voller Vorfreude nahmen die buddelflinken Kinder die neue Sand-Oase ein und schaufelten um die Wette. Zudem laden die farblich unterschiedlich gestalteten Ecken zum fantasievollen Spielen ein. Wenn dann im kommenden Frühjahr auch noch der neue Spielsand eingefüllt ist, dürfen sich die gut 70 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren über noch mehr Spiel, Spaß und Sicherheit freuen.